hallo also es gibt doch schon früher als erwartet eine oder besser gesagt erste ergebnisse die ersten drei kleinen kohlweißlinge die geschlüpft sind oder besser gesagt aus ihrer hülle raus sind und ich wollte sehr überrascht weil ich damit so schnell gar nicht gerechnet haben ja ich würde mal sagen dann seid ihr mal live dabei wenn ich die jetzt frei lassen die ersten fertig ja und beim resten so dauern wie lange es noch dauert ich mache jetzt mal auf einer ist noch drin das war's tja wie gesagt hier haben wir wer wird wo jetzt nächstes dran sein wie es aussieht es wird nicht mehr lange dauern hier haben wir eine leere hülle wie man sieht und auch hier oben die ist leer hier ist noch was drin hier ist noch was die beiden auch noch die vier sind auch noch alle dran heißt wir haben jetzt noch 4567 stück die noch kommen tja also wartet live dabei bis zum nächsten mal